Nebelmaschine, Disco-Google Tanzender Backfoot, Tanzender Cthulhu, Tanzender Sezaelia, Tanzender Behemoth, Tanzender Monster, Tanzender DJ Ja, der ist genauso schlimm Okay, dann gehen wir mal durch den Kamin Hallo Der Totengräber, da ist er ja, hallo, erlebe mich wieder Okay Defibrillator Kann ich Hau rein So, jetzt ist er wieder geladen Hallo Ah Mix Vox Ach, hier seid ihr Eine Kiste Mach den Dachboden etwas gruseliger Spinnennetz Ähm Was ist hinter mir Okay, da muss ich dich mal kurz Warte Unsichtbar Wie komm ich hier rein? Wie komm ich hier rein? Wie komm ich hier rein? Komm näher um mich zu starten Das heißt, da muss ich auch irgendwie hochkommen Okay Okay, warte mal Press Lufthammer Okay, nee, das geht nicht Flügel Find die Geister Und befreie sie Hey, da war ja der Der Klo-Priester Okay Ah, okay Befreie das Haus von den Geistern Gib Maxwell zuerst etwas, mit dem er Übernatürliches sieht Wum Äh, Geister war da Nee Nein Mit was sieht man denn Übernatürliches? Mit, äh, äh, mit, äh, Detektor? Ja, Detonator Dembo Ups Äh, Lupe Ausrufezeichen wollte ich da eigentlich noch Keine Tipps? Okay Dann nicht Ah, in zwölf, äh, Sekunden oder so kriege ich wieder einen Tipp Entfernen So Hab auf jeden Fall einen Tipp bekommen, den ich mir jetzt angucke Nein Den ich mir jetzt angucke Gibt, äh, Maxwell etwas mit übernatürlichen Fähigkeiten Äh, wie wär's mit einem Röntgen Brille Wow, echt jetzt? Gib mir drei Dinge zum Spielen und ich verlasse dieses Haus Drei Dinge Okay, du bekommst eine Puppe, weil du ein Mädchen bist Hier eins Jetzt hab ich eine 3D-Brille auf Alter, wie sieht denn das aus? Heilige Scheiße Schminke Ähm Haargummi Ah, Klemme Aha, Schmuck Ja Okay, das war nix für sie Dann, wie wär's mit einem Kinderwagen Ja Wie wäre es mit, äh, Kleid Ciao Ich verschwinde erst, wenn ich die Hochzeit bekomme, die ich verdiene Gib mir drei Dinge, um mich zu befreien Äh Blumenstrauß Ja Ähm Hochzeitskleid Sie gefällt jetzt was Schönes an Und Natürlich Torte Ja, hervorragend Ich sitze hier schon seit langem fest Gib mir drei Relikte der Heiligen Kirche und ich kann diesen Ort verlassen Okay, ich komme Du brauchst Hey, die hab ich schon mal an Kreuz gegeben Kreuz Jesus Verdammt Ja, ich geb dir Jesus Direkt In die Hand Äh Kann ich dir den Papst geben? Verdammt Kann ich dir eine Kirche geben? Ja, hier Nimm sie Und ich gebe dir ein Weihwasser Dingens Ja Ciao Ich fahr jetzt selbst in diesem Haus Gib mir drei Dinge, die ich zu Lebzeiten wollte Damit ich endlich gehen kann Einen Freund Hier Eine Freundin Geld Ähm Ein Haus Ein Argus Ja Eine Villa Willst du keine Villa? Kleidung Hier Ach Scheiße Ähm Äh Äh Ein Pferd Ein Pferd Und ein Schwert Ja Alter Okay, das will er nicht Prinzessin Ich bin der Geisterjäger Boah Ich will den Scheiß-Luck hier los Okay, äh Wo müssen wir hin? Fehlt noch Achso, der Ritter fehlt mir noch Ja Ach, da ist die Tür Ich, ich sehe schon Runter Hoch Und da rein Äh Notiz verwenden Magnet Ah Gut, hier ist verletzen Winzig Ah, hallo Reiten Oh, der ist fertig Okay Dann kann ich mit meinem Besen Hier weitergehen So, ich denke wir machen Noch Noch ein Level Ja Ja Eine Metapherwald Willkommen im Metapherwald Das ist ja den Baum vor Leiter Welt nicht Hallo Hilft dem Pfadfinder sein Verdienstabzeichen zu bekommen Wart ihr bei den Pfadfindern? Ich nicht Okay Wiederbeleben Hilft der Hörbabe Gib ihm zuerst ein Werkzeug, um diesen Baumstamm zu schnitzen Ist doch klar Halt, Moment Nein Ja, alles klar Gibt ihm Pfadfinder Okay Eine Große Decke Hier Hier Oh Mann Ähm Sandsarg Na toll Ach, na gut Dann Ah Ich, ich, ich kann nicht Ich kann nicht Mann Wasser, Regen Okay Das hat gereicht Äh Pflaster Das war Quatsch Pflaster Da Dann nicht Verband Ja Nimm diese Zeit zum Schießen Gib dem Pfadfinder als erst richtige Schutzausrüstung Schutzweste Ja Jetzt an der Zeit zum Schießen Gib dem Pfadfinder eine Waffe zum Üben Natürlich ein Scharfschützengewehr Aha Ho, 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 ho Alter, er ist so schlecht Oh, alles klar Er hat sogar Satelliten geholt Oh Mann Hach Aua Okay Ich mache jetzt tatsächlich jetzt doch schon Schluss Aus Gründen Äh, wir bleiben aber hier stehen Ah ja, 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 ja Geh weg Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss